Auf dem Grund des Swellview Sees Okay, Leute. Schaltet eure Zahnkameras an. Oh, ich empfange Signale von allen drei Zahnkameras. Und weiter? Jetzt lächeln wir, damit Charlotte und Schwartz sehen können, was wir sehen. Oh, das ist ein Meeting des absolut Bösen. Oh, da ist Dr. Minyak. Und Schwester Kohout. Wow, das Drillfinger. Mein Gott. Und da ist Vendell und der Zeitzocker. Verdammt, der Zeitzocker. Oh Mann, das Jeff, der dümmste Kriminelle in ganz Swellview. Der dumme Jeff. Na schön. Dieses Meeting hat wer von euch einberufen? Ich dachte, das warst du, Minyak. Vielleicht waren es ja die drei Muchachos. Was? Was? Wir haben nichts damit zu tun. Nein, nein, nein. Wir waren es nicht. Wer hat das Meeting denn dann einberufen? Der Todler! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Der Ninja hat den Todler damals vernichtet! Ich hab mein Bestes getan. Sowas, sowas! Das ist für alle von euch, die dachten, dass ich tot wäre. Und jetzt möge das Meeting beginnen, Max, bring mir meinen Booster-Sitz. Oh mein Gott. Was ist los? Was? Hast du Angst? Nein. Ich kann dich in den Arm nehmen. Ich hab keine Angst. Wieso sagst du dann, oh mein Gott? Weil der Kerl, der dem Toddler hilft. So. Ist mein Zwillingsbruder Max? Ich war schlecht? Ja. Und du hast ehrlich keine Angst? Nein. Denn wenn doch, nehm ich dich in den Arm. Ich hab keine Angst. Ja. Streich meine Beinhaare glatt! Das ist ein Zwillingsbruder Max. Das ist ein Zwillingsbruder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020